Eine Ohana SK 75 Ukulele, eine Sopran mit einer Decke aus Fichte, massiv, mit einem Korpus aus Mahagoni und einem schägen Seidenmatt-Finish. 15 Bündel auf einem Hardwood Griffbrett. Scheiß Anglizismen-Kram. Und sie hat eine hübsche Kopfplatte eingefasste mit direkten Stimmwirbeln. Das gute Stück ist schön leicht und ganz gut ausgedingsbums. Ihr seht es ja, das liegt gut in der Hand. Und es ist wie gesagt ein Fichtedecke. Ich finde das immer ein bisschen unfair. Fichte braucht etwas Zeit bis sie richtig klingt. Und die ist jetzt echt aus der Schachtel ganz frisch. Die klingt also noch so ein bisschen. Hey, müsst ihr euch jetzt dazu vordenken. Da kommt was raus. Das ist ja Schachtel. Das ist ja Schachtel. Das ist ja Schachtel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020